Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ich ein bisschen nuschle, dann sieht das von meinem Vampirzähn, die ich von mir verliere. Genau, wir gehen jetzt auf die Halloween-Party, aber erstmal zeigen wir euch die Vorbereitungen. Wir sind hier jetzt live und mittendrin, behind the gram. Hast die Augen zum Mensch. Debbie schminkt Simone, weil sie sagt, das geht so alles nicht. Ich habe Fleck. Die Lehrerin, ja Debbie ist ja fertige Lehrerin jetzt, hat gesagt, Simone, das geht so nicht, da müssen wir noch mal ein bisschen nachhelfen. Hier, also was machst du jetzt gerade, Debbie, kannst du das mal erklären? Verblenden. Okay. Debbie ist die Beauty-Bloggerin. Hast du noch Pinsel? Du hast sogar die Pinsel. Was hast du denn da am Hals, Schatzilein? Das hier? Ich wurde gebissen schon. Oh. Den habe ich in den Ecken. Ja, hier, ihr seht, alles hochprofessionell. Ja. Ja, mich kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil... Ich sehe die Unterhose. Das wollen doch alle sehen. Nein, 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 das zeigen wir jetzt nicht. FSK. Genau. Also, ich zeige mal so ein bisschen, wie es hier aussieht. Hier ist das totale Chaos. Das ist Hit the Pen. Oh, hier. Das ist Hit the Pen. Hit the Pen. Also quasi, wenn man es benutzt, bis der Arzt kommt. Ganz genau. Ist okay jetzt? Besser, ja. Ja, hier, also ihr seht, hier ist echt Chaos. Ja, also sechs Leute in einem Zimmer, was für vier gedacht ist. Das ist schon ein Drück. No. Ja. Hier. So. Backstage, ja. Warte mal, was ich werde. Ja, ihr müsst das jetzt mal raten und nachher lösen wir es auf. A, Evil Queen. B, Maleficent. C, die Hexe von Evil Queen. Also, ja. Schreibt das mal in die Kommentare unten, ja. Was Simone, äh, was Nadine jetzt wird. Das ist hier. Das ist hier. Was der Tom hier vorbereitet hat. Ja, genau. Also, wir haben hier. Das wird jetzt gleich intravenös. So. So. Also, wir melden uns. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Und ich mache jetzt hier aus. Wir melden uns dann nachher wieder, wenn wir fertig sind. So, wir melden uns jetzt eine Spritze. Mein Zahn war ein bisschen. Zahn verloren. Denk an in dem Alter. Komm mal. Nein, das ist ein Problem. Lachen doch mal. So, ihr habt jetzt die Vorbereitung aus unserem Hotelzimmer gesehen. Und jetzt schaut euch die Endergebnisse an. Ich habe noch. Tom. Florian mit seinem Lolli. Wo ist sein Lolli? Florian redet heute nicht mit uns. Wir haben Nadine. Und wir haben Debbie. Und Melanie ganz hinten. Mit dem grünen Hahn. So, wir machen uns jetzt auf zur Party. Jetzt tut es. Und wir machen uns jetzt auf. Musik Weihnachtsmusik So, ich zeig euch jetzt einige Charaktere, die ihr während dieser Party treffen könnt. Ich werde mich, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt irgendwo anstellen werde, aber ich werde die jetzt ein bisschen filmen. Hallo, Oogie Boogie, gut zu sehen, hier in Paris. Hallo. Oh, wo sind die little Boogie kids? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo ist Jack? Ich glaube nicht. Oh, er ist da. Sie haben ihn in der Mansion. Ja, ein Problem. Das ist kein Problem. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. So spooky. Sehr gut. Happy Halloween. Bye. Tschüss. Bye. Bye. Tschüss! Musik Ähm, was ist unser Resume bisher? Es ist eigentlich schön, aber es ist halt ein langer Tag. Mir ist auch mittlerweile kalt. Ich habe mir noch eine Mütze gekauft. Die Handschuhe von Simone. Es ist sehr voll, die Schlangen sind sehr lang. Ähm, es gibt einige Charaktere. Marie, Chippendale, Oogie Boogie, Jack. Aber Oogie Boogie war die Lines schon geschlossen, um... Wann haben wir hier? Eigentlich kurz Angst. Ja, voll die... Kurz nach Illuminations. Ja genau, kurz nach Illuminations, was ein Ziel war. Also, die Lines sind sehr lang. Mich näher jetzt nur an für Chippendale. Ansonsten haben wir keinen Charakter getroffen. Wir haben die Parade gesehen, die war sehr schön. Und dann, Are You Brave Enough läuft den ganzen Abend über. Ähm, Pirates Academy gibt es mit Captain Hook. Ähm, alles mögliche an Essen, Merchandise... Ja. Also, man kann den Abend schon genießen. Aber was ich auch sehr überraschend finde, ist, dass die Rides sehr lange Warteschlagen haben. Malerweise bei so Events ist es ja eher kurz. Aber so ein Hyperspace Mountain war, glaub ich, letztes Mal eben 45 Minuten. Das ist schon lange. Ja, so viel von uns erstmal. Ja, so viel von uns erstmal. Herr Papier! Erinh Quiz. Stehen, Stehen, Stehen und profoundly erfRepropolis. Sehen, Stehen und keine Nachden zur Sie! Hallo Hallo Attention à vous Ich bin so nett. Ah! 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 S'il vous plaît, me! Ah! 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 Wir haben eine Lefkash. Ja! Das ist ein Moppen, als ein Leer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns auf dieser Party begleitet zu haben. Wir hatten viel Spaß und wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben lassen, den Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.